...Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir Recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, fünf Minuten lang mal die Schnauze zu halten! Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausget... Psst. Hey, da drüben! Sie sind hier nicht willkommen. Sie müssen hier wohl verbrechen sein! Sie sind gewarnt worden! Sie sind gewarnt worden! Ich glaube noch immer, dass wir mehr vorhätigen. Waffen haben. Wo immer wir das finden können. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Na los. Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Sie sind verwaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey! Wer war die ganze Zeit bei mir? Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein! Jemand ist hier! Hast du das gehört? Lass gut sein, sei ein Fehlalarm. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Ratte! Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein! Ich weiß doch auch nicht! Irgendwer macht uns hier Ärger. Wahrscheinlich die gleiche Person, die unsere Sachen gestohlen hat. Das ist verwechselt. Deswegen haben wir ja auch Waffen. Na los, hilf mir den Schalter zu finden, um ihn wieder anzuwerfen. Ich bin der Schalter. Ich habe jetzt eine Zigarette zu dir. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Folgen Sie mir. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da. Ja. Silvastopol entspricht nicht so ganz ihren Erwartungen. Wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020